It's you and I Ich hab ihn jetzt gesehen und hab mir gedacht, jetzt spielst du die Götterkombi. Ich mein, kommt dir auch drauf an, was jetzt noch kommt, aber... Ein Quarterstaff. Schon mal die Hälfte zur blöden Morbid-Eisc. Ihr habt nix bekommen. Und der Typ neben mir hat ne Crone und ne Attack-Blade bekommen. Boah, leck mich scheißlacke, Alter. Ja, echt. Den müssen wir fertig machen. Wie heißt der? Das ist dieser Nilsen. Den müssen wir weg machen. Der spielt gerade die Mech-Kombi. Ich weiß noch nicht, ich würd gern mal wieder ne ordentliche Mage-Kombi spielen. Ich weiß nicht warum, aber Mage macht mir einfach so einen höllischen Spaß. Dieser Burst ist so geil. Und warum auch immer, ich kann Mars eigentlich überhaupt nicht leiden. Dieses da gestehe und nichts zu machen. Es gibt... Es gibt meinem Ogamaja ihn auch noch Attack-Speed. Oh ja, Alter. Obwohl der schon ne geile Ulti hat, wenn die zündet, ne? Ja... Ähm... Dreierkrieger! Ja, ich hab... Ich hab einen Ogall, einen Warrior und einen Knight. Warum stellst du den Mars nach hinten? Er ist ein Tank. Du meinst, das ist aber nicht mich, ne? Nein. Er meint mich viel mehr. Das ist ja schon bekannt. Guck mal, der oben links, ne? Der zwischen uns hier, der Nilsen, der hat schon zu viele Items. Der lässt sogar noch eins liegen. Ja. Den müssen wir gleich kaputt machen. Oh, ne Krone. Wie ist denn das, wenn man... Zwei Items, Quarterstuff und Blightstone hat er bekommen. Ne, der Blightstone lag vorhin schon. Ne, ne, der kam jetzt gerade eben rausgeploppt. Meine Güte, Alter. Der muss platzen, ich will 100 Items von ihm haben. Da, der hat zweimal einen Blightstone im Emimentar. Ey, was soll denn das sein, ey? Doppeltimber. Tiny, Tiny, Tiny brauche ich. Tiny, Tiny, Tiny. Tiny... Gibt's alles in Chaos und hat den Verkauf in der Ferne. Ola, nicht so groß ist. Henry hat schon wieder aufgelevelt. Mhm. Hier unten spielt noch einer Warrior. Dafür hat er auch keine Zweieinheiten. So wie ich eine habe. Oh. Hier spielt eine Assassinen. Gegen wen muss ich? Gegen Yester. Die kleine Yester-Schwester. Ey, guck. Wenn ich auf mein Fake gucke, der Mars hüpft die ganze Zeit bloß rum. Der hat die ganze Runde nichts gemacht. Der hat weder getankt so wirklich, ey. Und er hat gegen Elfen verloren. Gegen Equity verloren. What? Ja. Weil sich meine auf dein Mars gestürzt haben. Ja. Okay. Die wurden dann runtergekloppt und der Mars steht da hier oben. Jochale, ich bin der Mars. Mach's immer. Ich bin öfter hier. In der nächsten Runde gibt's ein Geräusch, was ihr nicht mögt. Juggernaut stand bereit. Ja. Mhm. Meinst du? Ja. Okay. Ich hab fünf auf dem Feld und du? Vier. So bist du. Scheiße. Ich mag dieses Geräusche eigentlich. Das hört sich total krass an, ne? War mein Anfang meiner Einheit, weißt du ja. Am Anfang noch. Ich finde, also ich fand, als wir noch unranked, beziehungsweise dann Porn waren, war die Shadowfeen irgendwie so oft da. Könntet ihr irgendwas scannen, bitte? Alter Vater. Fünf Schaden, danke. Danke, Merkel. Vielen Dank. Ich bin der Merkel mit. Hier, Nilsen. Sieht doch ähnlich. Oder nicht? Ich hab was anderes hier. Mach mal so. Ach so, ich spiel mit der Shadowfeen auch einen Doppel-Demon. Ich hab grad auch schon fünf auf uns. Ich jetzt auch. Cool. Oh, Töffi spielt mit Mars. Der hat sogar den... Uah, Terrorblade. Nicht... Ich lag ihn tot. Verdammt. Ja, der Terrorblade hat sich grad die Leben von deinem Mars gesnackt. Ich krieg nur aufs Maul. Ich hab auch. Also es ist wieder eine... schlechte Runde. Leute. Weiß doch nicht, wie es euch so geht, ne? Ach, fick dich doch, Alter. Stell mal die Medusa aufs Feld. Meine Güte, Alter. Du bist so widerwärtig ranzig. Das geht überhaupt nicht. Warte ab. Warte ab. Jetzt gibt's noch einen Troll. Ich habe jetzt den Brutzler da. 3er Krieger-Bonie, 2er Nager-Bonie. Ist auch gut. Plus ne Terrorblade. Kling Renérect. Ich mach dir überhaupt keinen Schaden mehr. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Racer, hast du geultet? Autsch. Racer hat ganz schön Aura bekommen. Nielsen von mir jetzt auch. Vier Viecher haben von mir überlebt gehabt. Das heißt, acht Schaden. Au. Und? Nielsen hat 92%, also hat er acht Schaden bekommen. Eis ist nice. Das ist how I feel. Ich könnte den rausnehmen. Der Erypharius muss auch noch da oben weg. Mh, Lala Farm hat ein schönes Bild. Das darf ich nicht groß machen. Oh, da musst du direkt reinzoomen. Musst du nochmal cutten demnächst. Da musst du richtig schön reinzoomen. Sperre wegen sexuellen Content nachher. Oder so ein Scheiß. Ja, ich spiel grad gegen Platz 1. Ich hab übrigens verloren. Jester hat gegen mich verloren. Ich bin wieder ganz unten. Tschüss. Tschüss. jetzt muss ich mal eben zweiten spieler mit aufs feld holen also noch ein sorry aber der troll warlord muss mit drauf warum sagt ihr nichts ich habe einen trollwoller noch auf dem feld das ist gut der oga funktioniert ja gar nicht gegen jetzt also ich habe in der letzten runde schon nur so ein mischmaske spielt na ja ich krieg diesmal richtig aus ich habe den jetzt aufs fressbrett bekommen ich weiß dass er es war ich habe kein maß nicht aber ich habe schon maß aber das steht unten in der leiste benutze ich gar nicht mehr ich habe ja verkauft hat jetzt eigentlich geil werner was dann der maß warum verkauft den tiny du hast schon troll ich habe doch gerade gesagt dass ich einen tollen warlord habe ich bin schon so angepisst von dir ich höre dir nicht mal mehr zu geht ja überhaupt nicht naja ich habe was anderes versucht aber das klappt nicht ne bleibt mir ja ring auf regeneration oh willst du assassins spielen oh je leute oh je ihr solltet jetzt nicht im rohens da oben gucken fjoo alter ähm ich gebe dem mal den regeneration ring ich habe angst dass der ne sich nicht genug der verstirbt einfach weißt du was du ihm geben solltest ja den morbid mask nein hallo und herzlich willkommen zu einer runde wo knifft die uns komplett rasiert nein das glaube ich nicht irgendwie habe ich da doch gleich das gefühl ich bin diesmal der erste also du kämpfst ja gerade gegen mich meinst du ja ich sehe es ja und ja ja hab ja gut durchgehalten aber schöne versteinerung das könnte ich dadurch noch reißen nein könnte ich nicht bekommen wir nix ich reue jetzt mal eine runde ich nicht ich auch nicht mehr hat sich total überhaupt nicht gelohnt zu rollen hendrik hat 42 gold der macht ja nix hendrik spielt eine vierer assassine hendrik mit dem was du auf dem feld hast wirst du das auch nicht schaffen du brauchst irgendwas was trotzdem irgendwie die gegner erstmal ablenkt dass du von hinten dass die nicht halt im vollen fokus sind dass die nicht halt im vollen fokus sind dass die nicht halt im vollen fokus sind ich brauche erst einen neuen platz dann kommt er mit drauf ich habe schon wieder irgendwie so keine lust mehr warum warum nilzen hat eine doppel shadowfine 1 was tust du verdammt au ja ich gehe mal weg von meinem bild ich gucke mal lieber bei dir zu war meine fette du fress du fetter frosch du fliegst doch gleich ne ja passiert bald aber ich habe kein auto kombinend du fetter frosch 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 du fetter fros Ich habe auch gerade meinen ersten Kunker gekriegt. Ich habe eine Shadowfean 2, die wurde gerade instant gehackst. Du müsstest ulten, ansonsten... Oh, das ist schön. Fein gemacht. Feine Shadowfean. Du kriegst ja immer nur 10 Schaden vom Merenrek. Das wäre alles gut. Noch ist alles schick. Also, Hendrik, wenn du möchtest, können wir ihn auch verkloppen. Du musst es nur sagen. Ich helfe dir. Zwei könnten wir es schaffen. Ihr solltet mal mehr den Erypharius rauskloppen. Ja, weil es ein größter Feind ist. Ja, finde ich nicht. Schöne Schiffchen. Ganz oller Fokus. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich nicht weiß, was machen soll ich kann tun. Ja, du kannst einfach bloß Geld sparen eigentlich, so wie du gerade gewinnst. Ich gucke da, Leute, ich finde mal was schönes noch kriege ich nebenbei. Jetzt fliege ich. Habt ihr schon mal einen fliegenden Frosch gesehen? Hier ist er. Warte, ich zoome gerade ran. Ja, genau. Feiner Junge. Guck vorhin in die Kamera mit deinen Glubsch-Augen. Es kann nicht sein, ich möchte die Shadowfine nicht kaufen. Ich meinte diesen Deppin nicht kaufen. Ich habe eine Shadowfine 2, ich habe immer wieder eine neue, aber diesen Shadowfine 3-Traum ist einfach so immer so sehr weit weg. Ich hätte aufleveln müssen, ne? Ja. Ich kämpfe gerade gegen den Antifarius. Ich kämpfe ihn, Dresdor. Aber der Antifarius, äh... Na gut, lässt er mich noch sechs Sekunden leben, die Shadowfine kommen nochmal durch. Zwei Sekunden, einer, Shadowfine, los, holte nochmal. Der Bär hat mich getötet. Aber das war ganz knapp. Ich bin der Oga-Majoy! Jetzt, du! Dann kommt jetzt wieder ein Tiny rein. Einfach nur für einen Element-Bonus. Ich habe einen Terrorblade, soll ich den kaufen? Was hat er denn hier? Mars 2, Slug... Oh, Slug, da noch eins. Jaguar 2, Tiny 2, Terror 2. Verdammt, da ploppt ein Terrorblade gleich auf wieder auf der Bank. Oh, yo! Auf der Bank einfach mal Lykan bauen. Zwei. So, Kohle weg. Ich muss mich gerade vorbereiten. Jetzt kommt ein Master auch wieder raus. Oder ne, der bleibt mal drin. Weil so wie ich jetzt gerade gegen den Biest... Achso. Das könnte ich... nicht schaffen. Jetzt hat Jester eine 5er-Serie. Komm, Kunkka, Kunkka. Oh, verdammt. Aber ich schaffe es gerade immer jeden bis auf 1 zu killen, also... Habe ich eine Losing-Streak? Noch nicht. Ah, ein Doom. Will ich nicht. Ein Doom. Das ist ja Doom, ein Doom. Ich habe schon wieder so aufgerollt und hier nichts kommt. Mir fehlt immer noch der dritte Tiny, dass ich wenigstens mal ein Tiny 2 habe. Ja, mir fehlt noch der dritte Slada, ey. Ich kriege einfach nicht den Slada auf 2. Ich verstehe es nicht, ey. Spielt hier irgendeiner verrotzt nochmal einen Tiny außer dir? Nein, wo sind sie? Ich hole mir die nicht. Die kommen bei mir die ganze Zeit. Ich hole mir die nicht. Das ist doch einfach nur ein reiner Hohn, ey. Hendrik, sag doch auch mal was. Wie läuft es bei dir? Ich habe schon lange nicht mehr gegen dich gekämpft. Schlecht. Ich kämpfe gerade gegen so einen Oberassi. Also Assassinen, irgendwas, keine Ahnung, ist nix für mich. Ja, das war mein erstes Assassinspiel, wo ich gesagt habe, ich spiele jetzt Assassinen auch. Ich war so schnell raus, wo ich mir gedacht habe, ja. Du hast echt so einen Schaden von mir bekommen, Equipi. Ja, ich weiß, Penner. Und? Nein, also eigentlich tut es mir leid, aber irgendwie doch auch nicht, weil ich nämlich jetzt eine Medusa 2 habe. Halt die Schnauze. Nein. Oh, das ist ja endlich mal ein Update hier. Ja, wisse. Der hat einen Slater 2, ich glaube es nicht. Oh, ich habe zwei Terrorblades auf der Bank. Vielleicht sollte ich die kaufen. Schluck, Luder. Oh, nee. Kommt heute. Boot. Oh, kein Boot, keine Verwandlung. Oh, Gott sei Dank haben die beiden gerade die in den Stein verwandelt und den einen weggehauen. Das ist sehr schön. Nochmal in den Stein verwandelt. Super. Crown, ja. Das ist gut schon mal für meinen Terror, damit der schneller Mann, er kriegt, wenn er angegriffen wird. Slada, hallo. Hallo, Kunker. Ich könnte hier auch noch zwei von mir brauchen. Du kriegst gar nichts. Hallo, Slada. Was? Jetzt spare ich wieder. Gucken, was da so kommt, was nicht kommt. Das ist ja noch im Spiel. Ich brauche ein Tiny, das wäre so schön. Noch, aber nicht mehr lange. Also noch eine Runde, zwei Runden gebe ich mir und dann bin ich weg. Sidon, du spielst gegen mich. Ich spiele gerade gegen dich. Ich spiele gegen Nielsen. Gegen Platz zwei. Der hat hier durchramponiert. Der hat 18 Schaden bekommen oder so. Das macht keinen Spaß heute. Warum? So wie dir? Als du die letzte Aufnahme hast. Nein, das war 2%. Ich spiele dich nochmal. Ja, das war echt so knapp. Gerade eigentlich auch wieder, ne? Also. Fick dich, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich Platz. Kommt gar nicht. Brauche ich. Ich brauche noch einen Lykan. Tausche gegen Terrorblade auf meiner Bank. Ich sehe keinen Terrorblade. Meine Bank ist voll, so als würde ich ihn jetzt kaufen. Einfach nur aus Brotel. Einfach nur, um mir die Kurze zeigen und ihn dann wieder wegzulegen. So wie ich das immer gemacht habe. Oh, ich muss schon wieder gegen dich. Guck mal, was ich hier habe und wieder weg. Guck mal, was ich hier habe und wieder weg. Ja. Kann ich auch machen. Ich brauche noch Terrorblade. Oh, Kunker. Das Schiff war ganz schön außer Kehr, mein Guter. Und, aua. Boah, 15 Schaden. Also die nächste Runde würde ich wohl rausschlegen. Ich habe noch zwei. Wenn das so weitergeht, fliegt er der Equity gleich raus. Wenn er nochmal gegen mich spielt, dann hat er auch immer 4%. Medusa ist gut. Dieser Tiny, der nervt mich halt wirklich am meisten. Die Tempel-Assassin kurz rausnehmen und die Medusa dafür reintun. So spät. Nächste Runde. Gegen wen kämpfst du? Also doch nicht nächste Runde. Hier, Leute, ihr könnt gucken, wie Henrik rausfliegt. Ich hoffe, dass ich gewinne. Ja, dominiert, dominiert. Ich habe gewonnen. Huh. Yeah. Hey, Kurt, Gegenstand. Nein, der fliegt zu weit. Alter, jetzt habe ich mal gesehen, wie der Gegenstand flog. Warum fliegt er nicht zu mir? Ich bin doch so behind. Da steht sogar, dass ich ein Item gedroppt habe. Tod. Tod auf der ganzen Linie. Tod auf der ganzen Linie. I'm the Ogre Medi. I'm the Ogre Medi. Ja, ist ja auch gut. Ich habe gerade in dem kompletten Roll drei Ogre Medi gekriegt. Ja, nice. Nice. Jetzt habe ich einen Dreier. Mal gucken, ob er mir was bringt. Schon wieder gegen Jester ging. Den habe ich eben schon gewonnen. Gegen Nächsten. Mit dem nächsten, mit dem größeren Ogre Medi sollte das doch noch ein bisschen besser laufen. Sehr schöner Ston. Schöne Reiter. Ich brauche noch zwei Magier. Ich habe nur noch den einen auf der Bank. Ich brauche unbedingt die... Boah, ich müsste acht werden. Ich darf jetzt nicht mehr rollen. Ich muss jetzt erstmal warten. Ich habe aber nur 21%. Ich kann nicht warten. Endlich ein Tiny, Alter. Na dann... Aber nicht im Feld. Nee, nee. Momentan ist im Feld schlecht. Wenn ich jetzt auflevel... Ich müsste vier werden. 20 Gäute, die ich jetzt verballer. Ich habe eine Plate mehr gekriegt. Ich brauche halt echt noch ein bisschen mehr Frontline. Wenn du mit Lena spielst, dann stehst du, dass du verbrannt hast. Eis ist nett. Oh Gott. 23% Das ist einfach so gut wie nichts. Gegen Nilsen. Na, na, deck mich doch fett. Aber das sieht schon mal besser aus. Den habe ich. Oh, rasiert. So. Jester hat gegen mich auch volle Mühe verloren. Nee, der Traum ist nicht wahr. Ich roll gerade eigentlich nur wegen einem Grund. Warum kriege ich hier so viele Dragon Knights? Alter, was hat... Alter, was hat der denn für ein... Für eine Update-Reihe gefahren? Alter, leckt mich doch. Lone Druid 3, Furion 3, Trent 3, Sladar 2, X3, Jagger und Tusk 2 und Doom 2. Equity. Da bin ich jetzt eigentlich echt gespannt, ne? Ich muss bei mir, sieht gut aus. Ah, du hast doch eine gute Magie, Risi, aber... Victory is out! Mein Kunker ist noch nicht auf 2 und solche Sachen. Mein Troll-Wurlord nicht. Unten links liegt noch ein Voidstone bei dir? Nee. Doch. Unten links, am Baum. Ah, da. Ah, ja, ja, ja. Ich habe einen Attack-Blake gekriegt. Habe ich hier noch irgendwo was zu liegen? Nicht, dass hier auch noch irgendwie hinter was... hinterm Baum so liegt, dass du es nicht siehst, weißt du? Ich versuche mal dich raus, dich rein, solange du noch auf... der Stufe bist. Kann ich den Edelmond-Bonus noch ein bisschen besser spielen. Gegen die Itzen wieder. Das ist einfach so geil, wenn die drei loslegen, dann... platzt einfach alles. Los, nicht so ein... Henrik... Äh, Henrik ist ja schon... Kniff, die hat auch verloren. Ja. Ich bin noch da. Keine Angst. Gut, du warst so ruhig. Jo. Enigma habe ich jetzt hier drin, ne? Die Chance auf einem Enigma ist mal einfach fucking 1%. Es ist ein Elementar, der würde sogar noch teilweise reinpassen. Es ist denn von dir die Ulti? Die Ulti von ihm war doch dieses Feld, was, äh... Prozentualschaden macht, ne? Ja. Ich bin jetzt 8, ich brauche noch... Ich habe 7 Einheiten prinzipiell drin, ne? 8, 9, 10. Ne, tut mir leid, Enigma. Du musst weg für den Goldboni. Ah, gut. Ich werde mindestens dritter. Jetzt darf ich... Jetzt... Oh, ist der raus? Echt, der Nelte? Wow. Was war dat denn? Boah, ist der raus? Boah, wat war dat denn? Wow. Oh, ist der raus? Was war das denn? Ich habe immer ganz kurz nicht hingeguckt, ey. Und Doppel-Loan-Druid. Den ich mitzunehmen, ist eigentlich schon Verbrechen. Ich kann ihn aber nicht mitnehmen. Da kommt er gleich nochmal. Ich roll jetzt gerade schon wieder, das ist... Gib mir den verdammten Koddel, Alter. Dreier-Trend hier drin. Schon wieder ein Lone-Druid. Doppel-Crystal-Maiden. Oh, dafür muss ich loggen. Ich will doch nur einen verfickten Koddel haben, ey. Ich kriege einen Hals, ne? Javelin. Javelin ist gut. Auf welcher Razor war denn das jetzt mit Items? Noch ein Javelin. Wizard-Reacher-Staff. Geil. So, daraus machen wir das erste Item. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Ah ja, komm. Du musst überleben, mein kleiner Razor. Ich brauche doch nur noch so einen beschissenen Reiter hier. Oh Gott. Bist du... Warum hast du Zeus? Geht's dir nicht gut? Alter, was hast denn du gemacht? Reiter. Au. Was hast du gerade gemacht? Warum? Ich hab mein... Ich hab mein Mars verkauft und den Zeus reingepackt. Wer nicht? Warum bin ich jetzt so explodiert? Und Kunker 2 habe ich natürlich mittlerweile, ne? Ich brauche doch nur einen Koddel. Alter, gib mir einen Koddel. Ich bringe die Sparke der Tod. Oh Mann. Ich will nicht wieder gegen dich. Oh nein, gegen den will ich auch nicht. Ich will eigentlich gegen... Ach super. Eine andere Wahl habe ich ja gar nicht. Quitti. Du musst hier meinen Gegner. Ich kämpfe lieber gegen den Ethereus. Fertig. Echt? Auch nicht. Aber richtig auseinandergerobbt habe ich dich auch nicht. Ich hatte jetzt gerade nochmal was geändert. Ich habe jetzt den... Ich habe verloren. Ich bin raus. Meine Alten, sie fliegen. Hui. Oh. Oh. So. Dann mach mich jetzt stolz. Hätte ich einen Koddel noch gekriegt, wäre das vielleicht noch anders geworden. Aber so... War da gar nichts mehr zu machen. Ich habe auch zweimal den Mars. Den Zeus meinst du? Ja, den Zeus meine ich. Ja, ja. So, gucken wir mal. Was knifft die Spiel. Ein 6er Krieger. 2er Naga, 2er Human. Gut, Zeus hat halt einfach eigentlich keine Wirkung. Außer den Damage natürlich. Keine Wirkung. Außer den Damage. Naja, seine passive funktioniert halt nicht. Da geht es ja auch nur um den Damage. Wie viel macht er denn? 300. Und 15% Dualschaden. Das krasse ist, der macht auch 15 extra Schaden... Nee, 15 Schaden am Kurier steht da. Also der macht... Wenn der überlebt, macht der extra Schaden am Gegner. Aber ich verliere gerade. Auf seinem Feld... Auf seinem Feld... Hast du auch verloren? Oder hast du verloren? Nee, hier gewinne ich. Ja. Er steht komplett dir gegenüber auf der linken Seite. Hast du dich auch verloren. Hast du dich auch verloren. Die Medusa ist verdummt. Macht nix, hoffe ich nichts weiter. Mein Gott. Ja. Sowas stört mich nicht. Auf was für Updates könntest du denn jetzt gerade noch hoffen? Terror 3 wäre natürlich geil, aber dafür, glaube ich, hast du ein bisschen zu wenig Terrorblades jetzt, ne? Nur die Frage... Wie lange ich überlebe. Aber Items hast du nicht so wirklich, ne? Nee. Ich habe keine Items bekommen. Oh, der Schmiss war gut. Dadurch ist der Fokus vom Terrorblade runter. Ja. Oder? Auch nicht. Lol. Ultimate Orb. Kannst du damit irgendwas machen? Mit einem Voidstone und einem Mystic Staff. Ja gut, einen Mystic Staff hast du, glaube ich, nicht. Nein. Du kannst ja auch... Was ist das, wenn du den Zeus runternimmst und noch einen zweiten Terrorblade rein? Mhm. Ist so lustig, die DPS-Zahl. Mein Razer hat gerade 432 DPS gemacht. Machen wir einfach mal. Scheiße, jetzt steht er da hinten. Naja. Oh, das sieht gut aus. Deine Einheiten teilen sich gerade schön weit rechts auf. Dadurch hast du diesen Nagerschrein nicht so extrem abgekriegt. Und jetzt räumen die Terrorblades auf. Batz, 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 batz. Jawohl, den hast du. Und auf seinem Feld... Ist knapp, aber du hast ihn. Vier Schaden. Ich stelle ihn noch weiter nach rechts rüber. Ah, ach so. Ein Gold noch, weiß was ich dann habe. Dann habe ich den zweiten Zeus. Ja, und wenn dann noch ein Zeus kommt, dann kriegt er richtig aus Frustbrett gleich. Ja, ein 3er Zeus ist auf jeden Fall besser als ein 2er Terrorblade. Ja. Die Disruptor-Ult war gut für dich. Die ging voll in die falsche Richtung. Die war nicht unter deinen... Damage-Dealern. Ja, den hast du wieder. Auf seinem Feld... Solltest du ihn auch haben. Ja. Oder? Ganz knappes Ding. Au, ganz knappes Ding. Er ist ganz, ganz knapp geworden. Ich würde so gerne deine Rollbretter sehen, weißt du? Mhm. Kommt vielleicht irgendwann auch noch. Das Update. Guck mal auf Henriks Feld. Da liegen vier Items rum. Einsammeln, einsammeln. Unten links liegen Javelin, Mage Rope, Attack Blade, Platemail, Cloak. Mitrilhammer liegt hier noch. Platemail, Quarters... Ey, wenn du, stell dir mal vor, du hättest all diese Items, die hier noch rumliegen, dann hättest du schon gewonnen. Soll ich dir so, wie es ist. Au, diesmal liegt der Disruptor... Der Disruptor Silence lag ganz gut. Deine Terrorblades müssen halt überleben. Das ist das Wichtige. Der Rest lenkt lang genug ab. Oh, diesmal hast du ihn richtig krass auf seinem Feld. Auf meinem auch. Ja, auf deinem gewinnst du ja die ganze Zeit. Das Problem ist ja, auf seinem muss er verlieren. Ja, 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 ja. Geil, drei Stück bleiben übrig, oder? Komm, bitte. Jawohl. Bats, nochmal acht Schaden. Zwei Runden noch. Es würde mich wundern, wenn du jetzt noch einen Zeus kriegst. Also das wäre echt so derbelackt bei drei Prozent. Da ist schon der andere zweite Fünfer. Jetzt habe ich hier einen Tide-Titer gerade gehabt. Die Tide wäre auch nicht schlecht. Ja, ich habe aber schon zwei Zeus, also nein. Einen Tide-Titer könntest du gegen Sladar austauschen. Nee. Nee, der ist auch nager. Dann bleibt dein Verteidigungsboost bleibt. Ja. Oh, jetzt hat er sich umgestellt. Oh, nicht gut. Dann muss ich mit meinen auch. Doch, Knifty gewinnt. Aus seinem Feld gewinnt Knifty, das war's. Da stehen noch vier, das war's. Bats. Da kommt noch zwei Items zu dir. Sammel sie ein. Ja, konnte ich nicht holen. Ja, liebe Leute, das war's. Diesmal hat der Töffi das Ding gerissen mit einer schönen Krieger-Kombi. Ja, meine Lieblings-Kombi. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen, Abo, Like da, teilt das Video. Was auch immer ihr wollt, kommt zum Livestream, wenn wir da sind. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.